Musik Ja hallo Leute, heute habe ich ein weiteres Unboxing Video für euch und zwar von dem neuen USB Power Adapter Jep Also, wie bei den iPods Klebestreifen an der Verpackung dieselbe Verpackung wie vom iPod Shuffle und als erstes sehen wir, wie immer bei Apple, das Gerät selber Super klein im Vergleich zum alten wirklich klein Der Nachteil ist halt, dass man den nur in der EU benutzen kann und nicht bei dem alten einfach wechseln und überall benutzen Das nächste ist in der Packung USB Kabel zum Aufladen und natürlich Bedienungsanleitungen und keine Apple Sticker Ja, dann ist hier noch so ein Plastikstreifen außen rum Das sieht doch mal richtig geil aus Hier hinten kommt das USB Kabel rein Und hier hinten auf der anderen Seite des Kabels kommt dann das Gerät rein Und ja, ähm die Box ist wirklich genau so groß wie die vom iPod Shuffle Genau gleich Ja, das war jetzt mein Video zum USB Power Adapter Ciao Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020